Albert Henry H. Scardino ist ein US-amerikanischer Filmschauspieler. Leben Nach einer Nebenrolle im Drama Das Königsspiel konnte Scardino mehr als 500 Mitbewerber für die Hauptrolle des Omri in Der Indianer im Küchenschrank hinter sich lassen. Seine bis heute letzte Filmrolle erfolgte in Marvins Töchter. Später konzentrierte sich Scardino ganz auf seine Ausbildung. Seit Februar 2005 ist er Student an der Columbia University. Sein deutscher Synchronsprecher ist Benedikt Gudjan. Auszeichnungen Scardino war 1996 für seine Rolle in Der Indianer im Küchenschrank sowohl für den Young Artist Award als auch für den Saturn Award nominiert. 1997 wurde er für seine Performance in Marvins Töchter zusammen mit Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jan Keaton, Robert De Niro, Jum Kronin, Gwen Ferdon und Dan Hedaya für den Screen Act. Das gilt Award in der Kategorie Beste Besetzung nominiert. Das gilt für die Aufmerksamkeit. 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 Vielen Dank.